Hallo und herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger kleinen und mehr oder weniger spontanen Let's Be Serious Video von mir. Dieses Mal geht es um Homosexuelle, wie ihr ja schon im Titel gelesen habt. Und eine Sache, die mich gleich zu Anfang so ein bisschen ankotzt, ist, wenn Leute bestimmte Wörter hören, wie zum Beispiel auch das Wort Liebe, dann ist es so, dass durch unter anderem vielleicht auch die Medien und vielleicht auch einige Bücher und ihr Umfeld und alles die Leute sofort an Herzchen und Kitsch und Heirat denken und an Kinder und so. Aber Liebe ist zum Beispiel auch die Liebe zu seinen Haustieren, die Liebe zu seinem Hobby, die Liebe zu Freunden, auch in irgendeiner Weise, die Liebe zu Geschwistern. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und bei Homosexuellen ist das mehr oder weniger Problem, worüber ich aber eigentlich gar nicht so reden will, aber was ich auch anmerken will, was ich ein bisschen doof finde, dass, wenn man jetzt mal rumgehen würde, zumindest wäre das bei mir in meinem Umfeld so, und ich würde jetzt halt rumgehen und fragen, hast du zum Beispiel was gegen Homosexuelle? Dann sagen die, nö, Schwule sind doch cool. Und an sich finde ich das eigentlich schon ganz gut, dass ich doch auch einige in meinem Umfeld habe, oder die meisten in meinem Umfeld habe, die dann halt auch sagen, das ist gut oder es reicht oder das sollen sie es machen, mir ist das egal, irgendwas in der Richtung. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass dann bei Homosexuellen eigentlich immer an Schwule gedacht wird. Das ist auch so in Filmen, immer wenn ein Homosexueller in irgendeiner Weise vorkommt, dann ist es immer so, es ist immer ein Schwuler. Ich finde, Schwule sind in der Gesellschaft anscheinend von irgendwie, und ich weiß nicht genau, wie das gekommen ist, anerkannter als Lesben, die ja da auch noch sind. Weil Homosexualität ist ja die Liebe zu einem gleichgeschlechtlichen Partner, und das finde ich immer so ein bisschen doof, wenn man dann immer so sagt, ja, Schwule sind ja eigentlich cool und so, und dann gibt es auch wirklich Leute, die kenne ich, die sagen dann, die finden Schwule cool, beziehungsweise akzeptieren Schwule, finden Lesben aber richtig scheiße. Von wegen, dann haben wir irgendwie weniger Frauen und sowas, und das sind ja irgendwelche Mannsweiber und das kann ja irgendwie keiner leiden und bla, aber Schwule, Schwule sind okay. Ja, und ich nutze dieses Let's Be Serious ein bisschen, um mich darüber auszukotzen, wie doch auch viele in meinem Umfeld und auch mitunter die Gesellschaft heutzutage mit Homosexuellen umgeht, die Gesellschaft, die sagt, dass sie so unglaublich tolerant ist, und so unglaublich gegen Rassismus und freundlich und hilfsbereit und so. Ja, deswegen, mal sehen, wie das Video, wie lang das Video wird, und ich kann natürlich gleich zu Anfang sagen, ich bin nicht gegen Homosexuelle, also ich bin selber ja hetero, aber ich habe kein Problem damit, wenn sich jetzt ein Mann und eine Mann oder eine Frau und eine Frau lieben, weil ich finde, dass es jedem selbst überlassen und wenn man sich halt mehr zu Männern als Mann hingezogen fühlt oder mehr zu Frauen als Frau hingezogen fühlt, dann ist es halt so, dann soll man das machen und dann soll man glücklich werden, dann soll man nicht irgendwie versuchen, mit einem Mann zusammenzukommen, wenn man ganz genau weiß, man ist mehr an Frauen interessiert oder halt andersrum, und soll man halt dann halt das auch ausleben dürfen, finde ich. Und ja, ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen doof, dass dann Schwule meist immer so, ich kenne auch viele Mädchen, obwohl ich da vielleicht auch ein bisschen mit in die Sparte mit reinfallen würde, die sagen würde, sie würden gerne zum Beispiel einen schwulen besten Freund haben, weil, naja, die ja dann irgendwie durch die Filme und Bücher auch irgendwie mal so dargestellt werden, als wenn die halt die perfekten, also es sind keine Mädchen, die gleichzeitig irgendwie noch zickig sind, aber sie sind irgendwie doch Mädchen, also sie haben die guten Eigenschaften eines Mädchens und sind aber irgendwie, die schlechten Eigenschaften haben sie es irgendwie nicht, so nach dem Motto. Auf jeden Fall finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich finde, also auf jeden Fall sollte beides anerkannt werden in der Gesellschaft und zwar überall und ja, man sollte sich dann halt nicht so darauf versteifen, dass es jetzt nur Schwule sind. Also ich würde jetzt gerne auch mal demnächst einen Film sehen oder ein Buch lesen, in dem der Nebencharakter, der homosexuell ist, mal eine Frau ist und die ist dann lesbisch. Das fände ich jetzt mal, ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sogar noch nie in einem Film, wo es nicht generell irgendwie in irgendeiner Weise um Homosexuelle ging und wo dann sowieso beides da war, würde ich einfach gerne mal auch, dass vielleicht ein Kerl irgendwie eine lesbische beste Freundin hat oder sowas. Ja, das finde ich halt ein bisschen doof, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, was auch ein bisschen mit Büchern zu tun hat, ist, dass ich jetzt letztens, also auf jeden Fall gestern mich sehr darüber aufgeregt habe, dass ich auf Facebook von einem schwulen Autor gelesen habe, dass Amazon meinte, er würde seine Bücher jetzt nicht mehr annehmen, weil er würde Geschichten mit und von Schwulen nicht mehr akzeptieren. Ja, so wirklich ein Beweis, dass Amazon das macht, gab es da jetzt nicht so wirklich und es kann auch so sein, dass er irgendwie nur sein Buch promoten wollte oder so, aber ich weiß ganz genau, dass Weltbild das auch schon gemacht hat. Ich weiß nicht, vor wie lange, es könnte schon ein Jahr her sein oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Weltbild das auf jeden Fall gemacht und das finde ich unglaublich, unglaublich schlimm. Also es ist wirklich so, dass Weltbild gesagt hat, sie nehmen alle Geschichten, also Bücher raus, in denen in irgendeiner Weise Homosexualität vorkommt und die auch von homosexuellen Autoren geschrieben werden. Also auch wenn die eine Geschichte schreiben, die eigentlich gar nichts mit ihrer sexuellen Neigung zu tun hat, ist es dann so, dass es trotzdem aus dem Sortiment genommen wird, weil die ja homosexuell sind. Und das ist ja, also ich weiß gar nicht, wie genau sich Leute das vorstellen, aber es gibt ja wirklich Leute, die denken, das ist ansteckend oder so. Zum Beispiel ist es in Russland ja so, dass die ja da irgendwie sagen, die wollen keine Schwulen und Lesben auf der Straße haben, weil die nicht wollen, dass ihre Kinder auch homosexuell werden. Wo, was, ich, 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 das manchmal gar nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, das einzige Körnchen Wahrheit, das in dieser Aussage steckt, ist die Tatsache, dass wenn vielleicht ein Junge in Russland schwul ist und sich in irgendeiner Weise zu Männern hingezogen fühlt oder eine Frau lesbisch ist und sich in irgendeiner Weise zu Frauen hingezogen fühlt, sich aber nicht traut, beziehungsweise denkt, da ist irgendwas gerade falsch oder so, und das, das, das korriere ich mir irgendwie wieder aus, weil die Eltern das so gesagt haben. Und dann sieht das Kind vielleicht Leute, die dann ihre Homosexualität halt auch ausleben und merkt dann, dass das an sich gar nicht so falsch ist und auf jeden Fall keine Krankheit ist. Und dann könnte es sein, dass sich halt sozusagen mehr Homosexuelle outen. Aber man wird ja nicht homosexuell, weil man sieht, wie sich zwei gleichgeschlechtliche Partner küssen. Das finde ich so total bescheuert. Und dann wirklich diese Dreistigkeit zu haben und den Autoren mitunter auch ein Stück von ihrer Existenz zu klauen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als würden jetzt alle Bücher von allen Autoren irgendwie nur im Weltbild sein. Ich meine, es gibt ja auch noch den Talia und den... Humdubel ist Weltbild, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, gibt es dann halt auch noch Internetplattformen, weil Amazon weiß es ja jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich aber... Das ist schon ein Stück Existenz. Und wenn man irgendwie damit rechnet, dass das Buch da angenommen wird und vielleicht ein bisschen mit Geld rechnet und keine Ahnung und dann auf einmal sagen die irgendwie, nö, ist nicht, weil sie sind schwul oder lesbisch und wir wollen nicht, dass unsere Leser schwul oder lesbisch werden oder was. Also bei Weltbild weiß ich, Weltbild gehört irgendwie, ich weiß nicht genau wie, auf jeden Fall gehört es zur katholischen Kirche. Und ohne jetzt groß Christenhetze zu machen zu wollen oder die Christen zu beleidigen oder so, finde ich, was man so im Laufe der Geschichte herausgefunden hat, dass die katholische Kirche ja ganz schön viel Scheiße macht, auch noch in der heutigen Zeit. Und das bei den Evangeliten, heißen die so, also bei der evangelischen Kirche und den Leuten ist das ja so, da können die Schwulen auch heiraten und Lesben und ja, die haben da also kein Problem mit so wirklich. Aber die katholische Kirche, die hat halt aus irgendwelchen vollkommen unverständlichen Gründen vollen Problemen damit und deswegen haben die wirklich bei Weltbild alles rausgenommen von Lesbischen und Schwulen Autoren, egal ob es, wie gesagt, in der Geschichte in irgendeiner Weise um Homosexuelle ging oder nicht, weil die Autoren sind so und wir wollen ja nicht, dass noch andere Leute so werden. Und das finde ich richtig, 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 richtig krass. Also auch so Eltern, meist sind das dann ja irgendwie Väter oder so, wo dann die Tochter oder so hinkommt und dann zu ihm sagt, ja, Papa, ich habe das jetzt schon ein bisschen länger gemerkt, ich fühle mich hingezogen zu Frauen und wo die Eltern dann wirklich sagen, es gibt ja auch Eltern, die weisen ihre Kinder dann ein, von wegen die in der Klinik, die sollen gefälligst machen, dass mein Kind wieder normal wird und dass es sich gefälligst einen Mann angelt oder sowas. Zum Beispiel bei J. Edgar, dem Film mit Leonardo DiCaprio, da ist es ja auch so, dass, Spoiler, aber das ist jetzt kein großer Spoiler, Leonardo DiCaprio, also J. Edgar, ja schwul ist. Und da hat er eine etwas ältere Mutter und die sagt dann halt zum Beispiel zu ihm, weißt du noch, was mit irgendwie Edward oder so passiert ist, dem Mauerblümchen, das hat irgendwie pink getragen in der Schule oder so und hat sich auch geoutet und keine Ahnung und wurde dann, glaube ich, getötet oder so. Also oder von den Mitschülern zu Tode geprügelt oder so. Von wegen, es ist ja die einzige Erlösung, weil es ist anscheinend wohl doch, wenn es eine Krankheit ist, eine unheilbare Krankheit und deswegen müssen diese Leute verschwinden oder so. Das finde ich unglaublich schlimm, richtig, richtig schlimm. Also generell, Leute, die schwule Leute und auch lesbische, also für krank halten und für schlecht, also die müssen ja nicht unbedingt krank sein. Ich meine, vielleicht gibt es ja Leute, die eingesehen haben, dass das Ganze an den Genen liegt und das ist halt wirklich daran, also es ist ja nicht so, dass man sich irgendwann im Alter zwischen 10 und 18 oder so dazwischen entscheidet, ob man jetzt auf Frauen steht als Frau oder auf Männer oder als Mann auf Männer oder auf Frauen. Das ist ja, das liegt ja an den Genen. Also ich bin kein Biologe oder so, ich habe auch keine Ahnung, wie genau die Gene da jetzt das hervorrufe, aber ich weiß, es liegt daran und man kann sich das nicht aussuchen. Und ich finde es ultra mega schlimm, wenn die sich dann outen bei den Eltern oder auch bei Freunden oder Bekannten und diese Freunde oder Bekannten diesen Mut, den das Kind aufgebracht hat, nicht würdigen, sondern dann wirklich noch sagen, ich helfe dir dabei, das zu überwinden oder so eine Scheiße. Also ganz ehrlich, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und wenn dann wirklich auch noch so große Verkaufshäuser wie Weltbild dann auch noch sagen, wenn sich das hier nicht ändert mit deiner sexuellen Neigung und wenn du nicht mal eben bald wieder als Mann auf Frauen oder als Frau auf Männer stehst, ja dann hier verkaufen wir deine Bücher nicht mehr. Es ist ja wohl unglaublich. Unverschämt ist das. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier in so einer toleranten Gesellschaft und die Weißen und die Schwarzen leben irgendwie nebeneinander und wir haben auch ganz viele Ausländer bei uns im Land und alles ist schick und wir sind ja so super tolerant und keine Ahnung. Und wenn es dann irgendwie darum geht, dass zum Beispiel auch die Schwulen und Lesben Kinder adoptieren dürfen, dann ist auf einmal irgendwie, ja, wir haben denen jetzt schon erlaubt zusammenzuleben. Das reicht ja. Also, das mit den Kindern lassen wir mal, weil die wären ja sonst auch noch... Ne? Och, Alter. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, dass man jetzt halt sagen könnte, wenn sich immer mehr homosexuelle Leute outen, dass es dann insgesamt auch mehr homosexuelle Leute tun, weil wenn jetzt zum Beispiel eine sehr berühmte Person das macht, ein Schauspieler, sagen wir mal, Leonardo DiCaprio wäre ein echt schwul, die Möglichkeit besteht ja, dann würde ich mich vielleicht als Junge dann auch outen, weil mein Vorbild sich auch geoutet hat und man traut sich dann halt mehr. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass geschichtlich irgendwie nicht wirklich festgehalten wurde, dass es früher halt irgendwie Schwule gab, sag ich jetzt mal so, und Lesben. Und das ist ja dann so, dass ich sagen muss, also es gab garantiert früher auch Homosexuelle, aber das war früher ja alles noch viel, 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 viel strenger. Und ich würde einfach sagen, dass sich früher wirklich niemand getraut hat, das in irgendeiner Weise halt zu sagen oder zu zeigen. Und so ist es dann heute halt auch, da sich halt immer mehr Homosexuelle trauen, dass dann vielleicht auch die Kinder, die aber homosexuell sind, die nicht homosexuell werden, weil sie gesehen haben, dass ihr Star-Homosexuell ist, dann ist das doch was Gutes, oder? Wenn das ist doch, also ich finde das dann eigentlich ganz gut. Ich finde das auch richtig, richtig scheiße, dass zum Beispiel, also ich kenne keinen schwulen Fußballspieler, also ich bin jetzt auch nicht so der Fußballfreak oder so, aber meine Mutter zum Beispiel sagt, die dürfen das nicht, weil dann würden die nicht mehr so respektiert werden oder so. das finde ich unglaublich schlimm. Also ich finde gerade, wenn man diesen Mut dazu aufbringt, in so einer Branche sich zu outen, wo man weiß, dass das vielleicht das Aus sein kann, dann finde ich, sollte das gewürdigt werden und nicht noch schlimmer gemacht werden. Also ich finde das einfach, ja, dieser, dieser, diese doch Intoleranz, in der Toleranz, also auch dieses, wie jetzt der Papst zum Beispiel irgendwie gesagt hatte, also jetzt ist schon ein bisschen länger her, jetzt hat er ja gesagt, gut, okay, wir haben einen gesehen, da ist wohl irgendwas und das kann man nicht ändern und man sollte es vielleicht auch nicht versuchen, also ihr Lesben seid lesbisch und ihr Schwulen seid schwulen, aber werdet Priester, so dass ihr sowieso niemals irgendwelche gleichgeschlechtlichen Partner haben werdet, weil das wäre dann wieder falsch, so nach dem Motto, du darfst also homosexuell sein, aber du darfst es nicht ausleben. Die ist also, du darfst als Schwuler oder als Lesbe also Priester werden, obwohl ich nicht weiß, wie das da ist, ich glaube, die Frauen dürfen das auch nicht, also keine Ahnung, auf jeden Fall darfst du das, so rein theoretisch, aber diese Priester haben ja dieses, keine Ahnung, Keuschheitsdingsbums, dass die ja ihr Leben lang irgendwie kein, die dürfen nicht heiraten, die dürfen keinen Sex haben, die dürfen irgendwie gar nichts und weil das, das geht dann, weil du bist, du weißt zwar, du stehst auf Frauen oder du stehst auf Männer, aber du weißt auch, das ist eigentlich egal, weil du machst es ja eh nicht, weil du darfst es ja nicht. Also du darfst es, aber du darfst es nicht. Das finde ich, wir haben anerkannt, dass ihr das leidt, ihr dürft es auch weiterhin sein, aber nur, wenn ihr das lasst. Was? Das ist so bescheuert. Also, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem mit Homosexuellen, ich finde es gut, wenn die das ausleben, ich finde es, ich würde es schlimmer finden, wenn ich jetzt wüsste, mein bester Freund oder meine beste Freundin ist homosexuell und sie denkt aber, das ist schlecht und das darf sie nicht sein und ist deswegen unglücklich und kommt zwar mit Jungs zusammen oder mit Mädchen und ist dann auch mit denen zusammen, aber weiß ganz genau, dass das für sie nicht das gleiche wäre, als wenn sie jetzt mit einer Frau zusammen ist oder andersrum. Und das fände ich, persönlich finde ich das richtig schlimm, wenn man merkt und das dann wirklich weiß, dass man diese Neigung hat und so, dann finde ich, dann sollte man das auch machen. Also, bei mir ist es immer so, ich finde, wenn beide Partner einverstanden sind, dann dürfen die auch alles machen. wenn generell, dann ist es okay, wenn es nur zwischen den beiden stattfindet, irgendwie, sagen wir jetzt mal, in irgendeiner Weise, ich weiß jetzt nicht wie, würde es irgendjemandem schaden, dass jetzt zwei Leute also homosexuell werden und irgendwie zusammenkommen oder so. Also, falls das einem richtig doll irgendwem irgendwie schaden sollte, was nicht möglich ist, also, zum Beispiel bei Pädophilen ist das ja so. Bei denen ist das ja auch in den Genen, aber bei denen sage ich nicht, die sollten das ausleben, weil die Kinder, finde ich, halt noch nicht so wirklich entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Und, weil ich jetzt eben auch meinte, bla 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 und wenn alle einverstanden sind über Kinder, sind halt so, die können das noch nicht entscheiden, ob sie damit einverstanden sind, die verstehen das ja noch nicht mal richtig. Und, da würde ich das dann nicht sagen. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei erwachsene Menschen dann entscheiden, sie sind homosexuell und sie wollen zusammenkommen, dann sollen sie das machen. Dann ist es besser, als es zu unterdrücken. Ja, also, das wollte ich mal loswerden und dass ich das echt scheiße finde von Weltbild, dass Weltbild da mal eben sagt, ja, du bist jetzt, also, ich habe das von schwulen Autoren gehört, aber ich denke mal, das geht generell auch homosexuelle Autoren. Also, du bist homosexuell und deswegen verkaufen wir deine Bücher nicht mehr, weil, das wollen wir nicht, dass wenn das jetzt irgendwelche Leute lesen, dass du dann, dass die Leute dann irgendwie auch so werden wie du. Das will ja niemals. Geh bloß weg. Also, das ist keine Krankheit. Man kann sich davon nicht anstecken. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Kriegt das in eure Köpfe rein, Leute, die das nicht verstehen wollen. Leute, die sich lieben, sollen sich lieben, egal welches Geschlecht sie haben. Und nur, weil dein Kind sieht, wie die beiden sich lieben, wird dein Kind nicht homosexuell. Außer es war schon homosexuell, es ist nur wegen dir, hat sich's nicht getraut. So, das wollte ich nochmal sagen. Also, das finde ich echt schlimm und deswegen wollte ich das einfach mal im Let's Be Serious ein bisschen rauslassen. Dafür ist dieses Format ja da. Ihr könnt mir gerne auch Themenvorschläge senden und ich würde auch gerne eure Meinung hören. Ich denke mal, hier auf YouTube sind wir doch eine auch sehr tolerante Community und ich werde euch jetzt nicht unbedingt den Kopf abreißen, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr vielleicht eigentlich schon, also eigentlich werde ich euch schon den Kopf abreißen, wenn ihr sagt, Schwule sind scheiße und Lesben auch. Aber nein, also ich würde gerne eure Meinung hören und schreibt es doch in die Kommentare oder schickt mir eine Privatnachricht oder so. Auf jeden Fall. Für mich, ich finde, es ist natürlich, also es ist jetzt mittlerweile schon, es war eigentlich schon immer natürlich, aber man durfte es irgendwie ja noch nie und ich finde, es ist halt, ja, natürlich und man sollte das auch machen und man sollte sich dann nicht verstecken. So. Das war meine Meinung zum Thema Homosexualität. Wie gesagt, eure Meinung kommt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und dann findet ihr meine letzten beiden Videos. Da ich nicht weiß, wenn ich das hochlade, weiß ich auch noch nicht so ganz, was das ist. Klickt einfach mal drauf und dann findet ihr es heraus. Ganz unten in der Infobox, falls ich noch irgendwas anderes reinpacken sollte, vielleicht finde ich noch irgendwas zum Weltbild-Skandal oder so, findet ihr meine Social Media Links. Das wären Facebook, Instagram und mein Blog, der mehr oder weniger Social Media ist. Da mache ich meine Rezension, meine schriftlichen. Und, ja, wie gesagt, falls ihr jetzt nicht so wirklich euch öffentlich dazu äußern wollt, könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben, hier in YouTube oder auch, wie gesagt, auf Facebook bin ich auch zu erreichen und, ja, generell, wenn irgendwas ist, könnt ihr mich anschreiben und auch Themenvorschläge oder so, wo ich vielleicht mal drüber reden sollte, ein bisschen ernster oder worüber ihr euch vielleicht auch ärgert, worüber ich mich auch mal ärgern soll oder so, dann mache ich das vielleicht auch mal und, ja, wie gesagt, was auch immer ich gesagt habe, ich wollte eigentlich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich noch bei meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.